Moine Spackos, hier kommen die Witze des Tages. Heute Scherzfragen. Woran erkennt man ein lesbisches Müsli? Es hat keine Nüsse. Abgetriebene Kinder sollen demnächst auch in die Stammbücher aufgenommen werden. Unter welcher Rubrik? Entfernte Verwandte. Waschbrettbauch kennt jeder. Aber was ist ein Spiegeleierbauch? Wenn man seine Eier nur noch im Spiegel sehen kann. Woran erkennt man, ob ein Neugeborenes mit Viagra gezeugt wurde? Es kann sofort nach der Geburt stehen. Was ist der Unterschied zwischen Jungs und Mädchen? Jungs können ein Feuer auspinkeln, ohne sich den Hintern zu verbrennen. Was steht auf dem Grabstein der 80-jährigen Jungfrau? Ungeöffnet zurück? Und wie lautet der Titel des kürzesten Buches der Welt? Was Männer über Frauen wissen? Das war's für heute. Macht's gut. Bis morgen. Nicht vergessen, Kanal abonnieren, sonst verpasst ihr was. Buch 5 Buch 5 Buch 5 Vielen Dank.